Okay, dann nutze ich die Gelegenheit, euch nochmal recht herzlich zu begrüßen. Das ist toll, dass es dieses Jahr geklappt hat, nachdem letztes Jahr durch meinen Ausrutscher mein Knie etwas Fürsorge gebraucht hat. Und ich finde es toll, dass wir hier heute alle zusammen sind und dass wir auch unsere Freundin und Kollegin Linda heute Abend da haben. Wir haben uns unglaublich auf diesen Abend gefreut. Vor allen Dingen habe ich dieses kleine Video gesehen und die Begeisterung und auch die Choreografie, die ihr letztes Jahr nachgemacht habt. Super, also wir haben uns jetzt entschlossen, ein bisschen casual heute zu sein. Aber wie gesagt, ich weiß, dass ihr das irgendwie auch könnt und notfalls könnt ihr uns joinen. Danke. 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 So. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020